Untertitelung. BR 2018 Es ist im Vorfeld immer eine gewisse Anspannung da, aber dann, ja, sobald der Moment der Begrüßung selber kam, ist es dann alles abgefallen und ging eigentlich ganz gut zum Glück. Also man sieht, es wird wahrgenommen, es wird auch wertgeschätzt und ja, ich glaube, Deutschland lebt davon, dass so unterschiedliche Leute sich einbringen und das Land zusammenhalten und wenn man da selber so einen kleinen Beitrag leisten kann und das auch wahrgenommen wird, dann freut einen schon sehr. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018